Hallo, ich bin der Sam Jaxuki und ich mache den Erfolg Selbstteiler von Metro Redux, und das ist ein Erfolg, der kommt eigentlich automatisch, ist gar nicht zum Verpassen, man muss 75 mal sich selber heilen mit den Medipacks und ja, kommt automatisch, das ist gar nicht anders möglich, zack, da ist er tot und sich 75 mal selber zu heilen und ja, nur um sicher zu gehen, hier, ich wollte eigentlich den Erfolg machen mit der Schrot, die 100 Kills und vorher kam halt der Selbstteiler, den Schrot Erfolg mache ich nachher, nur auf Hardcore ist das ein bisschen schwer, den Erfolg zu kriegen mit der Schrot derzeit, weil man muss ziemlich nah hin an die Gegner und hier kommen so viele, die Schrot, das ist meine Favorite Waffe, die, mit der spiele ich ganz gern, mit der und dem Revolver, die ist nicht schlecht, und ja, ich habe mal vorhin gesagt, dass ich das Spiel schon gespielt habe, ich habe schon auf der 360 gespielt, jetzt auf der One halt nochmal, das bringt doppelt Gamescore Punkte, jawohl, dann da ist er auch schon, ich dachte, es kommt der Erfolg mit der Schrot, aber dann war es Selbstteiler, so schnell geht das, ich wünsche euch was, viel Spaß noch, Gruß, euer Wookie.